Let's play some games, weil zocken geil ist. Ich lauf links rum. Ich bin hinter dir, lauf kurz hoch auf die erhöhte Stelle. Ja, ich hab Sniper, wir haben einen Sniper hier irgendwo, der hier auf uns schießt. Und zwar mit einer Semi. Okay, von oben. Hier ist kein Beacon, okay. Ah, ich hab mehrere Anomieren. Ja, von Delta, von Delta. Ja, da ist ein Sniper bei D, aber ich seh den nirgends. Ich hab äh... Da ist er, hab ihn, markiert. Ah, jetzt weiß ich wo er sitzt. Juhu, ich spiel mal Infanterie, bin abgeschossen worden. Ja, wir brauchen eh hier noch einen vierten Mann am besten. Hast du ihn? Da ist er, markiert. Ah, fuck. Ah, Infanterie bei uns. Ja, mehrfach. Medik. Medik. Wow. Ja, Charlie, warte ich komm zu dir. Infanterie an Charlie. Läuft im Graben. Da waren zwei. In rechts, rechts kommt einer. Hab ihn markiert. Ist tot. Von links kommen sie, von links kommen sie. Achtung, linke Flanke, Delta, oben. Hab immer nur der Sniper. Ich hab ihn markiert. Bitte ausschalten. Ich sehe keinen. Der oben, immer noch. Der hat immer noch in dem weißen, was auch immer das Container ist. Ich schau mal ob ich flankieren kann über links. Da ist nämlich grad ein Heli abgestürzt oder absichtlich runtergebracht, oder? Also der ist einfach bei Heli. Ja, der geht wieder hoch. Infanterie läuft runter, Achtung. Ja, der hat's auf mich abgesehen. Ist tot? Naja, ich bin tot. Okay, blöd. Ja, wir schauen mal, dass wir Hilltop flankieren hier. Der Hubi ist jetzt bei Hilltop, ne? Ja. Ich seh's grad. Und der ist er gerade ausgestiegen. Yes. Unten im Wasser bei Hilltop und oben an der Antenne. Läuft gerade zur Antenne. Hat ein paar Treffer abgekriegt, aber lebt noch. Er werft ne Granate. Ja, ich auch. Aber der hockt über mir. Komm auch seitlich. Seitlich Hilltop. Bei mir oben ist er. Ah, ab ihm. Die haben die paar Leute mehr als hier hier. Ist tot. Oh, ja, kann sich sehen lassen. Gibt's hier die Runde? Hinter uns, Hilltop. Hinter uns. Kommen Sie schräge hoch? Ich flankier links. Einer geht's rechts, bitte. Ach, direkt an der Flagge. Hinter dem kaputten Haus. Ja, ich bin gleich da. Aufpassen. Einer ist weg. Rechts von der Antenne kommt auch noch einer. Zwei. Der zweite hab ich nicht mehr. Vier sind's. Und bei der Antenne. Bei der Antenne. Drei beim Container. Einer bei der Antenne. Bei Hilltop. Zu viele. Von überall. Ja, zu viele. Einen hab ich aber. Sieg überlebt mal. Ah, okay. Vergiss es. Ich hab eigentlich einen Weg hinein. Ja, ich seh's grad. Weg, weg, weg. Erstmal weg. Die wissen wo sie sind. Ähm. Wir müssen. Wieder andere Seite. Am besten mal rechts rum. Ich geh rechts rum. Von der Wasserseite. Und. Wo waren die denn? Ja, immer noch Hilltop. Ganz hinten. Hab einen markiert. Hab noch einen. Eins. Zwei. Oh, ich treff nicht mehr mit der scheiß Magnum. Okay. Ralf, da oben ist einer. Zwei. Zwei bei dir. Ralf, zwei. Einer ist fast tot. Ey. Mit 20 Minuten jetfliegen hab ich keine Reflexe mehr. Ja. Achtung. Ralf. Der ist vor dir. Zwei. Direkt da wo du hinläufst. Da. Genau. Einer. Zwei. Ja. Feine. Der will auf dem Panzer. Ich hab ihn. Hab ihn. Ich versuche es in meinem Flugzeug. Da bin ich. Kann ich mir helfen. Alles klar. Wir haben nämlich gerade ein Heli hier oben. Und noch mehr Infanterie hier am Punkt wieder. Ich hab ihn nur gerade aus den Augen verloren. Ah. Da vorne. Äh. Richtung Bravo. Wo ist er? Wo ist er? Ist er weg? Ah. Ganz unten. Ich glaub der Heli ist down. Ne. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Weil der andere Jett da. Hab ihn. Ach komm. Was war das grad? Ja. Das gleiche Problem hatte ich auch vorhin. Achtung hier gegenüberliegend von uns hockt einer. Ich seh grad noch nicht wo. Na. Sniper. Der Panzer. Komm. Hau. Nen Hügel hoch. Ja. Ach. Ja. Okay. Ähm. Ja. Wir haben ein Problem. Wir brauchen mehr Punkte jetzt mal. Wir gehen jetzt gleich mal hier Richtung. Oh. Die kommen hier von unten. Achtung. Aufpassen. Ach komm. Ach komm. Ah verdammt. Fuck you. Messer geht schon wieder nicht. Messer geht schon wieder nicht. Hat er Black Assi schon wieder. Ehe ich gemerkt hab das der hinter mir ist hat er mich schon gemessen. Ja. Ich hab auch grad einen hier gehabt. Na. Black Assi ja. Ah. He he he. Ja das ist genau das Problem. Weil ähm jetzt hocken alle hier oben auf Delta. Grad eben war es schöner verteilt. Und die Flak ist auch wieder unterwegs. Gehst du den anderen? Haha. Ja wir gehen Charlie. Und dann Richtung Epsilon bitte. Oder Echo. Echo eigentlich. Epsilon bin ich einfach. Ja Echo halt. Echo. Ist ja auch richtig. Ich hab nur. Die haben nur immer nicht verstanden. Was ich wollte. Deswegen hab ich irgendwann mal Echo. Äh. Epsilon eingeführt. Epsilon ist nämlich. Epsilon hört man nicht immer an. Epsilon. Und dann denkt man sich. Ok. Dann ist es Epsilon. Das uns hat immer geheißen. E. D. Was. B. A. B. Ne A war das einzige was noch verstanden hat. Das rest zwar nämlich. B. C. D. E. Oh. Fahrzeug. Panzer. Ich hab was gefunden. Es ist gut. Der dreht sich noch nicht. Ähm. Wie schauts aus Carla. Wow. Ich geh jetzt auf den. E. Wär super. Epsilon. Echo. So. Genau den. Genau den. Ja. Habe ich ein bisschen was reingedrückt. Ja. Der hat uns nur grad ein bisschen eine Zange. Scheiße. Er hat einen überfahren gerade. Der kommt zu mir. Komm jetzt nochmal. Ja. Der hat mich gesehen. 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 Infanterie. Ralf. Oh. Ist disabled. Doch ey. Ralf bei dir ist Infanterie vor dir. Aufpassen. Sees. Läuft jetzt. Richtung Tankstelle. Ist an der Tankstelle. Läuft wieder zurück zu dem Panzer. Ja. Achtung. Zwei Infanterie. Einmal vor dir. Einmal bei Tankkill. Einer ist jetzt. Oh Gott. Was geht denn hier ab jetzt? Was hast du mich getötet? Teamkill. Ups. Wieso das denn? Ich bin gerade in den Panzer rein. Und wollte noch mal drauf schießen und raus. Was zum? Ja. Sorry. Gegnerischer Panzer ist ganz doof. Musst du bitte vorher ankündigen. Das war mein Diebesgut. Ja. Tut mir leid. Mach doch nichts. Oh cool. Da hab ich doch noch erwischt einen. Egal. Achtung. Da kommt einer. Boah. Zett hinter mir. Black Assi hält ne Headshot aus. Danke. Wenn man schon Black Assi hat. Wir müssen jetzt nicht mehr tappen. Weil die spawnen immer hier. Das nervt mich. Immer aufpassen. Ja Junge. Wenn du mir ne Granat und ne Panzer wirst. Da kriegst du mich auch voll mit. Was für ein Horst ey. Besser sind immer die die mit dem Maschinengewehr drauf schießen. Hallo hier bin ich. Töte mich. Hier bin ich. Ich töte mich. Das bin ich auch leider so. Weil ich das unvererbt bin. Und dass ich keinen Schaden machen kann. Also eh sieht gut aus. Aber die hocken jetzt alle auf. Die hocken jetzt alle auf Hilltop oben. Micha bist du Hilltop? Nee ich bin auch voll Hilltop. Ja die. Nee an der Antenne oben hocken sie. Ja. Also hinter der Antenne da hocken sie in dem Eck. Da hat's grad geblibbt. Sehr feine Sache. Weiter geht's Richtung Charlie. Da wird eh grad getappt wie ich sehe. Zumindest hat's kurz geblibbt. Au. Infanterie hinter uns. Ja. Der Black Assi. Ich komm mal zu dir zu. Ja mach mal. Aufpassen. Aufteilen Ralf. Und sie sich gerade reparieren. Ja. Hab ihn. Hab ihn. Es gab zwar ein Sternchen. So muss es sein. Da waren zu viele. Ich konnte sich einer an mich ranschleichen. Ich geh runter in den Möchtegern Wald. Ja. Ich komm mit. Ich flankier von rechts. Das waren ja zwei. Ja. Das war es ähm. Ja. Das muss ich sofort screenshotten. Ja. Das ist so wie ein Pomo Stern ne. Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich wurde gerade eben hier offiziell. Mhm. Promoted. Vor allem angeblich soll ja Estaran irgendwas aus spanisch heißen. Wahrscheinlich ist er angepisst. Ja. Ja. Nicht heißt das Wichsi hier oder sowas. Ne. Da vorne. Hab einen. Ja. Ich mein man sieht ja wie ich spiele. Ich nehm's ja gerade auf. Yay. Genau. Ich brauch nur noch einen Shit Bucket. So und jetzt. Jetzt geht der Shitstorm erst richtig weg. los wenn sie merken dass das Deutschland ist. Ja. Ja. Jetzt geht's wieder los mit Scheißnazlicht. Äh. Aufpassen. Sniper wieder mal. Ja. Der hat da wieder ein Beacon oben in seiner Hütte. Hat sie es? Ja. Bei dem gelben Container Color. Wenn du noch mal drehst. Einfach mal unten. Ich muss erst mal Jet gerade. Ja. Achtung Ralf. Ich spawne in 3, 2, 1. sensing ein Z Burnes. Wow. Yeah.